Salve Atuti! Mein Name ist Christian Stegel. Wir haben Freitag, den 7. August und 18.29 Uhr. Die Woche ist rum. In diesem kleinen Clip geht es um den Dachs und der sieht im höchsten Maße merkwürdig aus. Ich fange mit euch mit der Woche an. Also hier eine Kerze, eine Woche. Es gibt hier verschiedene Dinge, die mich insgesamt ziemlich negativ stimmen. Das eine ist, das untere Band, das der Bewegung entgegengesetzte Band, ändert erheblich die Richtung. Heißt für mich, hier oben ist Ende Gelände und Pause. Wir haben auf Wochensicht einen Shooting Star. Auch nicht schön. Wir sind auf Wochensicht negativ über die moderne Sichtweise im MACD. Das zweite Histogramm nacheinander ist sogar jetzt schon das dritte, ist negativ. Wir haben ein erneutes Verkaufssignal über die Stochastik. Wir haben eine negative Divergenz in der Stochastik. Die Kurse waren hier tiefer und obwohl die Kurse höher gegangen sind, kommt die Technik nicht mehr mit. Wäre das ein 5-Minuten-Chart, ein Stunden-Chart, ein 4-Stunden-Chart, würde ich sofort sagen, haut drauf. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss auf Wochensicht davon ausgehen, dass wir uns mit dem 20-Wochen-Kleitenden-Durchschnitt nochmal auseinandersetzen. Der dreht momentan ziemlich auf. Der sollte Ende nächster Woche irgendwo liegen bei 11.750. Und, und dabei lege ich mich jetzt ziemlich aus dem Fenster, ich rechne damit, dass wir erneut innerhalb der nächsten 4 Wochen Kontakt mit der aufnehmen. Wo auch immer die dann steht. Das muss man mal schauen. Meine Meinung auf Wochensicht muss ich ändern, wenn wir diesen Shooting Star hier mit einem Hoch bei 13.318,5 mit Schlusskurs überbieten. Vorher nicht. Vorher ist der Markt für mich eher gruselig. Ich gehe mal mit Ihnen jetzt auf den Tag. So, das ist der Tag. Das war eigentlich eine Woche, die war für einen Anus, muss man ganz klar sagen. Es ist nicht viel passiert, relativ wenig. Wir haben 100 Punkte hoch und runter. Aber die letzten 5 Tage, das ist es von hier, haben wir nur unwesentlich an Terrain gewonnen. War nicht besonders viel. Wie sieht es hier weiter aus? Wir schaffen es nicht. Und wer bei mir bei den Webinaren oder Seminaren dabei ist, weiß das. Wenn wir einmal das Band durchlaufen haben, ich mache es mal ein bisschen größer, einmal in diesem Fall von oben nach unten, ist meistens das Korrekturpotenzial beschränkt bis zur 20-Tage-Linie. Die Mitte der Bänder. Und da waren wir jetzt dreimal dran, aber mehr ist nicht. Auch wenn jetzt der Nachmittag, beziehungsweise wir sind gerade eben bei 12.680 ganz gut aussieht, mehr ist nicht. Die 20-Tage-Linie liegt bei 12.791. Die Bänder sind wieder deutlich enger geworden. Von unten 12.358 zu 13.252. Also rund 900 Punkte. Das ist erneut eng. Wir sind vom MACD her relativ neutral. Da ist nicht viel abzugewinnen. Und die Stochastik ist noch positiv. Weiter positiv. Ich kann mir Folgendes vorstellen. Dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch erneut einen Angriff auf die 20-Tage-Linie nehmen. Vielleicht die sogar ein wenig überbieten. Aber dann kommen diese Freunde hier, 1, 2, 3, 4, bei einem Bereich von 12.969 als nächster fetten Widerstand. Also selbst wenn wir die uns mal kurz schnappen und auf Schlusskursbaus überbieten, wäre das jetzt noch nicht das Signal von mir darüber zu gehen. Da habe ich dann immer noch, und hier ist es auch ein Shootingstar auf Tagessicht, diese 13.318. Also kurzfristig, sprich bis Mittwoch, vielleicht Donnerstag, durchaus noch okay, positiv. Aber darüber hinaus, der verliert hier an Kraft. Der hat seine Schuldigkeit getan. So langsam kommt die Realität. Sei das jetzt irgendwie China, Amerika oder was auch immer. Und ich glaube nicht, dass das dem Markt nennenswert helfen wird. Da kann die FED oder die EZB, die können so viel Geld schütten, wie sie wollen. Irgendwann interessiert es keinen mehr. Irgendwann ist die Angst so groß im Sinne von, ups, warst das jetzt? Dann hat er hier eine ordentliche Fallhöhe. Für die Leute unter euch, die auch durchaus mal bewusst sind, mal Risiko zu nehmen, habe ich folgenden Schein mitgebracht. Für den Fall, dass ihr mir nicht glaubt und sagt, die 20-Tage-Linie ist nur eine kurze Imbissstation, danach geht er weiter hoch, würde sich dieser Schein hier anbieten. Der hat einen 22er Hebel von Goldman. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 12.100. Da liegen wir hier drunter. Da liegen wir genau jetzt, wo die Maus ist. 100 Punkte unterhalb der 200-Tage-Linie. Ich behaupte, wenn wir die 12.254, das ist diese Kerze, hier rausnehmen und damit auch das untere Band verletzen, mit Schlusskurs, das ist wichtig, dann sehen wir uns auch die ganze Geschichte früher von unten an. Aber ich mag mich irren, wir gehen über die 20-Tage-Linie, wir gehen über diese vier Kerzen hier mit 12.967. Mag sein, ich werde vorsichtig mit Käufen. Der Schein, den Team nannte, K.O. Schein, Basis 12.100, hat den Hebel 22 und die Kerndummer GC7XT2. Schauen wir mal nach einem Short. Ich bin auch der Meinung, einen Short muss ich nicht so weit weglegen und ich lege den etwas über 13.000. Ich mache einen bisschen größeren Hebel als 22.000. Ich gehe mal hier, ich kann das hier verschieben, ich gehe mal ruhig auf den 30er Hebel. So was hier, passt gut. 13.111. Jeden Tag nach unten adjustiert. Also das ist momentan ein 29er Hebel. Und der hat die Kennnummer GC9LXY. Der kommt bei mir dann ins Spiel, wenn wir wirklich die 12.254 reißen mit Schlusskurs. Den muss ich nicht hier oben irgendwo hinlegen, glaube ich nicht. Gut, das war es eigentlich mehr oder weniger. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao. Ciao.